Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Schön, dass ihr mitkommt, denn ich bin gerade auf dem Weg nach Stetten. Und zwar haben wir Heimspiel heute. Schachklub Stetten spielt gegen die Sportvereinigung Böblingen 3. Und das ist natürlich immer ein bisschen aufregend, der erste Spieltag. Wie kommt man in die Saison? Wie schlägt sich die Mannschaft? Ich habe ja im letzten Video schon berichtet. Es gibt durchaus ein paar, sagen wir mal, dramatische Änderungen in der ersten Mannschaft. Falls ihr das verpasst habt, schaut noch mal ins Video. Die findet ihr alle in der Playlist Raphaels Roto 2000. Wir spielen heute in der Besetzung Jürgen an Brett 1. Jürgen ist ein 1860er. Geht ganz schön berg hoch hier. Ich spiele an Brett 2. Ich bin 1810 DWZ. An 3 spielen wir mit Gerd. Gerd ist mal wieder nach längerer Zeit dabei. Gerd ist unser Senior. 88 Jahre geworden. An 3 spielt also Gerd. An 4 spielt Markus. Markus ein 1600er. An 5 spielt unser Difu, ein Jugendspieler, 1400er. Und an 6 spielt unsere Lucia, auch eine Jugendspielerin. Eine 1300er-Spielerin. Unser Gegner, Sportvereinigung Böblingen, ist jetzt keine Übermannschaft. Die sind vorne ein bisschen schlechter besetzt als wir. Dafür sind sie gleichmäßiger besetzt. Also ich erwarte hier ein enges Spiel. Geht immer noch berg hoch. Und was ich im letzten Video noch nicht erzählt habe, das sind eigentlich meine persönlichen Ziele. Eine Liga ist genauso wie ein Turnier. Auch ein Wettbewerb, der an sich zählt und an sich bewertet wird. Und mein Ziel in jedem Turnier ist im Grunde eine ausgeglichene Bilanz. Das heißt, ich möchte genauso viele Siege schaffen, wie ich Niederlagen habe. Das ist aber nur mein Minimalziel. Mein Wunschziel ist eine positive Bilanz. Also mehr Siege als Niederlagen. Und das ist auch für die Saison mein Ziel. Mehr Siege als Niederlagen, eine positive Bilanz. Vielleicht sogar ein bisschen DWZ-Gewinn. Das wird schwer werden, weil ich in der Liga an Brett 2 wahrscheinlich wieder einer der stärksten Spieler bin. Und da schadet mir eigentlich jedes Remis, weil ich dann eher DWZ verliere. Hört gar nicht auf hier. Ich hätte lieber oben drehen sollen, wo es flach ist. Nun gut, das ist die Mannschaft, das ist der Gegner. Und ich habe aber jetzt nicht nur so, sagen wir mal, messbare Ziele, sondern ich habe auch quasi weiche Ziele. Und die weichen Ziele sind, dass ich in den letzten Jahren natürlich mich selbst und mein Spiel genau beobachtet habe und dort Schwächen festgestellt habe. Und diese Schwächen, an denen muss ich arbeiten. Und das ist auch mein Ziel diese Saison, dass ich mich genau in diesen Punkten verbessere. Mein Ziel DWZ-2000 heißt, dass ich versuche, in jedem Bereich sozusagen diese Stärke zu erreichen. Dass ich also in jedem Bereich so stark bin, wie es ein 2000er wäre. Ich glaube, am dichtesten dran bin ich in der Öffnung. Ich glaube, in der Öffnung muss ich mich jetzt nicht verstecken. Da habe ich durchaus das Niveau. Defizite habe ich vor allen Dingen festgestellt im Endspiel. Im Endspiel habe ich einige Punkte weggegeben. Ich habe gerade letzte Saison in der Stadtmeisterschaft zum Beispiel zwei Siege, mögliche Siege nicht erreicht gegen stärkere Spieler. Daran möchte ich arbeiten. Und der nächste Punkt ist psychologisch. Ich habe festgestellt, dass gerade in den letzten Saisons ich doch oft unkonzentriert war. dass ich auch ein bisschen überheblich wurde am Brett. Und zwar immer dann, wenn es einfach gut lief. Und da es bei mir in der Öffnung meistens genau nach Plan läuft, ist es dann oft passiert, dass ich dann einfach zu schnell gespielt habe, nicht genug nachgedacht habe. Und das ist so ein Punkt, den ich einfach diese Saison abstellen möchte. Ich möchte konzentrierter spielen, gewissenhafter. Und ich glaube, dann ist auch ein gutes Ergebnis möglich. Was mir noch als Schwachpunkt aufgefallen ist, das war der Punkt, dass ich bei komplizierten Stellungen Probleme mit der Visualisierung hatte. Das heißt, wenn es wirklich sehr kompliziert wurde, habe ich die Stellung öfters im Kopf nicht zusammenhalten können und nicht richtig bewerten können. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber mir ist es trotzdem noch schwerer gefallen. Letzte Saison und auch die Saisons davor. Und da möchte ich einfach besser werden, dass ich diese Varianten genauer durchrechne, nicht so viele Züge übersehe und dann vielleicht auch nicht das, was ich im Kopf ausgerechnet habe, gleich aufs Brett haue, sondern dass ich dann noch ein bisschen nachdenke, ob das wirklich so stimmt, was ich mir da ausgedacht habe. Ich gehe schnell über die Landstraße. Sonst wäre es ein bisschen spektakulär, wenn ich hier umgebügelt werde. Und das sind die Punkte, an denen ich versuche zu arbeiten und was ich diese Saison auch versuche umzusetzen. Dass ich also in den Endspielen besser werde, dass ich besser werde in der Variantenberechnung und dass ich im Endspiel Siege auch besser verwerte. Das sind Sachen, die kann man jetzt nicht so messen wie Siege und Niederlagen. Aber das sind sozusagen weiche Ziele. Jetzt ist es schön flach. Jetzt hätte ich Luft. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen mache ich jetzt einfach von zu Hause am Computer weiter. Schön, dass ihr dabei seid. Freue ich mich immer, wenn diese Videos auch gern gesehen werden. Wünscht uns Glück. Wir werden es brauchen. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder zu Hause. Meine Ziele sind also besser werden in Endspielen, besser werden in Variantenberechnung, und konzentrierter spielen, gewissenhafter spielen. Und ich würde noch ein viertes Ziel hinzufügen. Fünf Kilo abnehmen wir auch ganz schön. Ich grüße die Jasmila oder den Jasmila, denn Jasmila unterstützt unseren Kanal finanziell neu auf meiner Patreon-Seite. Jasmila, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch mal schauen wollt, was ich da so mache, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zur Patreon-Seite. Ich war ganz schön erstaunt, als ich in Städten angekommen bin. Wo liegt überhaupt Städten? Städten liegt oberhalb vom Flughafen Stuttgart. Und Böbling, die Gäste. Böbling liegt von Stuttgart aus gesehen, die Autobahn Richtung Bodensee raus. Das ist dann die erste Stadt so auf der linken Seite. Auf der anderen Seite liegt Sindelfingen. Das kennen vielleicht viele, weil dort das Hauptwerk von Mercedes-Benz ist. Und an der Festhalle und an der Sporthalle Städten war die Hölle los. Also ich bin dann in den Vereinsraum gekommen und da saß alles voll. Alles voll mit Turnerinnen. Zusammen mit ihrer Kapitänin waren sie da irgendwie an der Mannschaftsbesprechung. Ich weiß nicht genau, was man da besprecht, denn es war das große Gäu-Finale Stuttgart Geräteturn-Frauen-Mannschaft. Und da war also unser ganzes Vereinszimmer war voll mit Geräteturnerinnen und ich dann so Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hatte schon so einen Servierwagen vorbereitet. Da habe ich dann die Schachbretter drauf. Und dann Entschuldigung, Entschuldigung, bin ich dann wieder raus mit dem Spielmaterial. Markus kam dann auch. Dann sind wir rüber in die Lindach-Schule, haben dort im Musiksaal gespielt, aufgebaut. Und da ist viel Platz. Das ist auch nicht so weit. Aber dadurch, dass wirklich so viel los war, hatten auch die Böblinger es ein bisschen schwer einen Parkplatz zu finden und waren auch erst relativ spät da. Gespielt haben wir mit Jürgen an Brett 1, DWZ 1861. Ich an Brett 2, DWZ 1810. An 3 hat Gerd gespielt, 1777. Gerd ist 88 Jahre alt und er ist nach längerer Pause wieder zurück im Team. Und er war auch sehr aufgeregt, hat erzählt, er konnte gar nicht schlafen oder sowas, weil er wirklich mal wieder für die Mannschaft an den Start ging. An 4 hat unser Markus gespielt, DWZ 1621. Markus ist unser Jugendtrainer und der erste Vorsitzende. An 5 spielt Johannes diese Saison, 1555. Er ist ein junger Student. Und an Brett 6 spielt dieses Jahr unser Jugendspieler Difu, DWZ 1398. Aber bei ihm geht es hin und her. Also er ist so ein 1400er. Kurz vorher meldete sich der Johannes, musste sich krank melden und das machte jetzt auch keinen Sinn, dass er sich jetzt wirklich irgendwie krank ans Brett quält und deswegen ist unsere erste Ersatzspielerin eingesprungen und das ist die Lucia. DWZ 1333. Lucia ist gerade mal 11 Jahre alt. Das ist also eine unserer starken Jugendspielerinnen. Letztes Jahr spielte sie in der zweiten Mannschaft vorne zusammen mit Difu und wir haben beide in die erste Mannschaft hochgezogen. Die spielen jetzt nicht mehr zweite. Lucia spielt sozusagen die Hauptersatzspielerin und Difu fest an Brett 6. Und hier musste jetzt Difu sozusagen an 5 hochrutschen und Lucia dann ans Brett 6. Die Gäste trudelten dann ein. Lustig war der Ellen. Der Ellen kam an und sagte, wo ist denn Brett 7? Er wollte dann Brett 7 spielen. War wohl sein erster Einsatz für die Böblinger. Selbst seine Mannschaftskollegen kannten ihn nicht. Spielten mit Karl Ulrich an 1 1580 Matthias an 2 1630 DWZ dann der Gerhard gegen unseren Gerd Gerd 1595 dann der Peter hat an der 5 gespielt 1449 an der 4 gespielt an der 5 war dann der Ellen gegen unseren Difu und an der 6 hat die Elion Nora gespielt eine Erwachsene und Elion Nora hat sich gleich mal beschwert wie kalt es doch war. Also es war doch schon recht frisch über Nacht aber der Musiksaal an der Schule der ist gut geheizt aber die Stühle waren kalt das hat gestört ich hatte aber jetzt kein Sitzkissen parat vielleicht ist das eine Idee ich muss aber Elion Nora zustimmen mir wurde der Hintern auch ein bisschen kalt kann aber auch an der Partie gelegen haben. Trotzdem es waren nur 5 Böblinger da es waren gar nicht 6 der Karl Ulrich fehlte und das war wohl vorher schon klar dass der nicht mitkommt sie waren also nur zu 5 das ist natürlich erstmal eine Enttäuschung für uns denn Jürgen an Brett 1 hätte gegen ihn gespielt Jürgen hatte jetzt kein Gegner also er war im Grunde umsonst gekommen normalerweise rutscht man dann auf und lässt das letzte Brett frei man kann aber auch einen melden und lässt dann das erste Brett frei das darf man dann aber glaube ich nur dreimal machen danach gibt es Ärger die Böblinger haben dann auch wirklich auf meine Aufstellung geschaut da haben sie geschaut wer spielt und da haben sie gesehen oha Matthias war jetzt ja der stärkste und der hatte doch schon sehr Respekt also unser Jürgen hat in der Liga doch sehr viel Respekt inzwischen nachdem er letzte Saison wirklich so fast jeden vom Brett gefegt hat zum Teil sogar irgendwie in 20 Zügen obwohl er an Brett 1 ja oft die stärksten Gegner hat da hat der Matthias gesagt nee nee er spielt in 2 also er wollte lieber gegen mich spielen und das hat auch einen Grund er hat nämlich sehr gute Erfahrungen gegen mich gemacht vor 2 Jahren hat nämlich der Matthias gegen mich gewonnen da hatten wir ein Auswärtsspiel und wir waren vorne besser besetzt als die Böblinger hinten aber schlechter und dann habe ich voll wild in der Öffnung gespielt weil ich dachte ich muss was bringen ich muss gewinnen aber Matthias hat den Glanztag und hat eine ganz tolle Partie gezeigt findet ihr auch in der Playlist Raphaels Roth Tour 2000 da findet ihr auch die Partie von Matthias und mir von der vorletzten Saison da hat er wirklich toll mit Opfer und wirklich einen tollen Sieg geschafft und das hat er vielleicht im Hinterkopf gehabt und hat er gesagt nee nee ich spiele dann ein Brett 2 sozusagen gegen mich ich habe auch ein Mannschaftsfoto noch gemacht und zwar das ist unsere Mannschaft also hier Gerd unser 88 Jähriger hier unser Lucia 11 Jahre Difu Markus Jürgen unser Brett 1 und ich das ist der Musiksaal ich stand hier auf der Bühne ich habe also Matthias gebeten dass ich nochmal kurz ein Foto für euch machen muss und für die Webseite das heißt er hat kurz auf mich gewartet und dann habe ich so mit dem Handy noch ein Foto gemacht danach habe ich es ausgeschaltet und hier hingelegt auf das Piano hier ich stehe also jetzt gerade hier so auf der auf der Bühne mache ein Foto die anderen fangen schon langsam an der erste der fertig war war natürlich Jürgen Jürgen ist dann hier ein bisschen zugeschaut aber ist dann schnell rüber zum Goi Finale und hat sich mit Kuchen und Kaffee eingedeckt und kam dann wieder und hat dann zugeschaut und Jürgen ist dann auch wirklich bis zum Ende dabei geblieben also andere die dann kein Gegner haben die sagen oh ja Sonntag ich will nach Hause nee Jürgen ist da geblieben hat zugeschaut und war bis zum Ende sozusagen mit dabei dadurch führten wir schon 1-0 also natürlich ist es enttäuschend auf der anderen Seite ist es auch schön beruhigend wenn man schon 1-0 führt der nächste der fertig war war unser Senior der Gerd und er war ja von DWZ her jetzt auch deutlich stärker so wie wir an allen Brettern im Grunde deutlich stärker waren außer jetzt am letzten Brett die Eleonora und die Lucia die waren gleich stark nach DWZ an den anderen Brettern waren wir eigentlich überall klar überlegen der Gerd hat seinen Gegner wirklich ausgespielt war ziemlich chancenlos und sein Gegner musste dann auch aufgeben und dann lag schon 2-0 lagen wir schon vorne und so erfahren und so ein alter Hase wie Gerd ist man hat ihm die Freude angesehen also man hat ihm wirklich die Erleichterung und die Freude angesehen hier wieder für die Mannschaft zu spielen nach der längeren Pause also das war wirklich toll zu sehen ich hatte vorher ja auch so ein bisschen Begrüßungsrede und gesagt hier so Handys und so weg und Gerd war dann auch ganz ganz witzig er sagte ja sein Handy ist ausgeschaltet und liegt bei ihm zu Hause auf dem Nachttisch also da war keine Gefahr wir hatten letzte Saison ein bisschen schlechtes Erlebnis weil einer von den Böblingen hat ja wirklich ein Handy in der Tasche und man darf eben kein Handy mehr am Mann haben und irgendwann kam er dann was weiß ich vom Klo zurück und legt das Handy dann so auf den Tisch und auch natürlich hat er nicht betrogen natürlich hat er nicht geschummelt aber es gibt natürlich so einen Beigeschmack also es ist natürlich irgendwie heutzutage man könnte ja das Handy anmachen nachgucken und so deshalb Handy ausmachen in den Rucksack oder hier an so einen zentralen Platz legen dann passt das auch damit waren wir also schon 2-0 vorne Difo der jetzt ja an Brett 5 hochrutschte gegen den 1400 der Gegner nee gegen den 1200 der Gegner Ellen spielte konzentriert konzentrierter als ich das eigentlich so von Difo kenne er ist immer so ein bisschen fahrig in den letzten Jahren gewesen aber nein er saß viel am Brett war konzentriert und hatte eine gute Stellung nach der Öffnung dann kamen aber immer so kleine Fehler rein kleine Ungenauigkeiten und das addiert sich im Schach einfach und plötzlich ist dann die Stellung verloren und es stand 2 zu 1 bevor aber irgendwie so Zweifel aufkamen oh was ist jetzt los gab es plötzlich ein Aufschrei an Brett 6 und zwar die Gegnerin von der Lucia er hatte sich quasi fast selbst matt gesetzt eigentlich war es ausgeglichen also Lucia hat das ganz toll gespielt und das was mir bei Lucia gefällt wenn du die so am Brett siehst du weißt einfach das ist eine Schachspieler so wie sie da sitzt wie sie da konzentriert sitzt das ist einfach einfach toll und sie hat immer eine ausgeglichene Stellung gehabt hat immer die Kontrolle gehabt hatte nie Probleme und hatte dann eben so ein bisschen nerviges matt drohung die man parieren konnte das war eigentlich Remi aber irgendwann hat die Ilonora dann doch viel gegriffen und zack Lucia das ist natürlich auch ein Verdienst unsere Jugendarbeit jetzt um Markus und Jürgen der da unterstützt die Jugendlichen und die Kinder die haben gerade diese Taktiken und diese matt motive so gut drauf wenn die da eine Chance haben die greifen zu also wirklich toll und da kamen sie dann auch freudestrahl nach vorne und damit hatten wir schon mal das Mannschaftsremie sicher es liefen also nur noch zwei Partien und zwar von mir gegen den Matthias und der Markus an Brett 4 und jetzt züpfen wir rein in meine Partie ich hatte weiß also diviziert 18-10 der Matthias mein Gegner 16-30 DWZ ich habe D4 gespielt und Matthias haut das England Gumbet raus na da bin ich natürlich schon überrascht auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen lustig denn als 9000 Abos Special hatte ich ja einen professionellen Trainer für euch engagiert das heißt da hatte ich auf Discord eine Trainingstunde für euch arrangiert mit dem IM Franz Zeller Frank Zeller aus Tübingen und der Frank hatte als Thema meisterhafte Antworten auf miese Gambits und das erste was er gezeigt hatte damals war das England Gambit also weiß sollte hier schlagen das habe ich auch getan und das was Frank damals gezeigt hatte war wenn jetzt schwarz fortsetzt mit Springer C6 dann deckt man den schwarz greift den nochmal an und das ist jetzt so ein bisschen ein Trick weil schwarz möchte gar nicht den Bauern gewinnen sondern was anderes und der Zug hier den der Frank empfohlen hat das ist jetzt Läufer G5 gewesen und der Bauer verhindert jetzt eben das schwarz was dazwischen stellt und jetzt versucht schwarz seinen Trick nämlich hier unten loszugehen mit dem Schach und jetzt blockiert man einfach und wenn die Dame hier reinschlägt zieht man zurück und ab jetzt wird es nur noch übel für schwarz weil die weil die Dame jetzt weil man das Tempi auf die Dame gewinnt schwarz versucht weiter anzugreifen aber jetzt ist weiß am Drücker die Dame muss weg jetzt könnte der Turm dazwischen oder der Springer könnte schon hier oben reinhüpfen und das ist jetzt eine Stellung weiß steht hier fast auf Gewinnen also das ist jetzt hier plus 2,2.2 oder irgend sowas laut Stockfisch und das ist die Variante die Frank Zeller empfohlen hat der Matthias hat hier aber D6 gespielt und da habe ich gesagt okay das ist jetzt aber nicht so wie Frank das gezeigt hat naja gut Decken muss richtig sein und jetzt hatte ich immer noch mit sowas gerechnet aber schwarz kommt und greift jetzt den Springer an und jetzt habe ich überlegt na gut den Zug den Frank gezeigt hat war ja Läufer G5 aber das ist doch jetzt eigentlich eine andere Stellung ich meine der Läufer war nicht hier und der Springer ist nicht hier was ist denn hier der beste Zug und das lustige ist der Zug von Frank funktioniert gegen alles was Englund macht anscheinend Läufer G5 ist auch hier der beste Zug hinterher hat mir aber Matthias gesagt dass er den auch erwartet hat und wenn es Läufer draußen ist da hat er die Diagonale da kannte die Dame hin also das hätte er so gekannt aber wenn jetzt weiß einfach weiterentwickelt mal tauscht und jetzt auch den Läufer losgeht dann hat schwarz ein Problem weil schwarz möchte eigentlich auf keinen Fall tauschen schwarz spielt ja ein Gambit schwarz möchte ja Entwicklung angreifen und er möchte jetzt auf keinen Fall dass sich hier vielleicht die Damen oder so tauschen und deswegen handelt sich hier schwarz quasi eine Stellung ein die schlecht ist schwarz hat ein Isolani schwarz hat ein Bauern weniger und weiß hat das Läuferpaar also das wäre auch eine sehr gute Stellung für weiß ich habe gegen Englund eine eigene Variante die ich spiele hauptsächlich im Blitz online und das ist so ein bisschen so ein bisschen psychologisch ich möchte der Gambit Spieler möchte ja angreifen möchte Initiative und ich möchte ihm einfach so ein bisschen den Spaß verderben und ihm nicht das geben was er will und vor allen Dingen möchte ich nicht jetzt für jedes Gambit irgendwelche komplizierten Varianten lernen und das was hier Frank gezeigt hat ist ja schon ein bisschen kompliziert und deswegen habe ich hier so ein Tipp für euch als ganz einfaches Repertoire und die Idee ist machen wir mal von vorne also wenn das England Gambit kommt schlagen egal ob danach jetzt Springer C6 kommt oder wie in der Partie D6 einmal decken und jetzt spielt ihr einfach E4 ihr sagt also mir ist dieser Bauer egal ich habe einen Bauernmeer wenn du den zurückhaben willst nimm ihn mir ist eigene Entwicklung wichtiger und das ist sozusagen mein Öffnungsrepertoire das ich mir leicht merken kann und was funktioniert ja was kann hier passieren weiß entwickelt weiter jetzt könnte man schlagen aber dann kann Schwarz mit dem zurückschlagen entwickeln ich möchte hier entwickeln soll er doch schlagen soll er doch den Bauern zurücknehmen wenn er will jetzt tausche ich einfach tausche noch einmal und jetzt hat Schwarz eine ein damenloses Mittelspiel und ein Gambit Spieler ist glaube ich in damenlosen Mittelspielen am schlechtesten weil es hier geht es jetzt positionell zu hier geht es strategisch zu wenn man sich das anschaut ist die Bauernstruktur vorteilhaft für mich ich greife hier auch was an ich kann als nächstes den Läufer mal befragen ich kann den anderen Springer entwickeln das ist einfach eine vorteilhafte Stellung für weiß auch wenn man hier vielleicht nur einen kleinen Vorteil hat 0,5 0,6 egal der Gegner hat nicht das was er will und das ist oft viel viel wichtiger dass man sich selber mit den Stellungen wohlfühlt und der Gegner nicht und das könnte man auch spielen wenn jetzt der Gegner C6 spielt dann deckt man eben einmal und spielt jetzt E4 das wäre sozusagen auch wieder jetzt E4 spielen und dann ist man auch gut kommen wir zur Partie zurück in der Partie kam hier D6 gedeckt und jetzt griff er den Springer an und jetzt habe ich überlegt was mache ich Läufer G5 funktioniert das hier auch laufe ich vielleicht in irgendwelche Tricks rein die ich nicht kenne E4 ist ja gut es ist eine Sicherheitsvariante mit einem kleinen Vorteil kann ich machen aber ich war hier doch ein bisschen ambitionierter und deshalb habe ich hier Läufer F4 gespielt mit der Idee dass ich hier tausche dann habe ich einen Bauernmeer und tausche dann zur Not hier weiter das war die Idee entwickelt und jetzt schlage ich hier mit der Idee wenn er zurückschlägt dass ich weiter schlage aber Matthias kam hier mit Dame F6 und hier habe ich jetzt plötzlich gedacht huch habe ich nicht jetzt schon gewonnen ich habe vorgezogen Schach gegeben und wenn jetzt der König weg geht ist die Partie doch zu Ende super und da habe ich wirklich so eine Sekunde gedacht Mensch was ist denn hier los und natürlich Läufer können auch rückwärts ziehen also der Matthias nimmt den Bauern zurück dadurch bin ich aber den Bauern den Läufer hier los der Läufer musste noch mal ziehen steht dem König im Weg und ich habe ja trotzdem einen Bauernmeer aber trotzdem hier habe ich mich geärgert hier habe ich mich geärgert weil meine Ziele sind doch konzentriert gewissenhaft und hier bin ich schon wieder irgendwie am träumen und denke habe gewonnen oder was weiß ich also war unkonzentriert und das hat mich geärgert im Nachhinein aber auch in dem Moment schon dass ich gesagt hat Mensch was ist denn los und das kam durch die Situation zustande warum war ich unkonzentriert normal wenn ich zur liga gehe oder zu einem turnier gehe dann komme ich eine halbe stunde früher ziehe mich um und dann setze ich mich ein paar minuten vor dem spiel ans brett rück alle figuren zurecht konzentriere mich aufs brett gehe durch das was ich spielen will das was ich antworten will und dann bin ich das ist sozusagen meine pregame routine das ist sozusagen meine vorbereitung aus spiel und dann bin ich im modus gleich geht's los dann kann ich auch danach noch mal rumlaufen das ist kein problem ich bin dann im modus ja ich bin da ich spiele gleich jetzt als mannschaftsführer ich habe denn vorher wir haben noch ein mannschaftsführer foto gemacht dann habe ich die mannschaftsaufstellung gemacht dann habe ich kontrolliert spielt da jetzt auch keiner bei den böblingern da eigentlich gar nicht auf der mannschaftsaufstellung ist sind die spieler die sie aufgestellt haben in der gleichen reihenfolge aufgestellt wie sie auf der mannschaftsaufstellung sind dann habe ich meine öffnungsrede gemacht dann habe ich noch mal handys elektronische geräte und sonst was habe die uhr erklärt bedenkzeit erklärt ich habe gar nicht diese konzentrationsphase die ich eigentlich normal habe klingt jetzt wie eine ausrede ist aber eigentlich eher so ein bisschen Not und ein Problem und ich weiß jetzt auch nicht richtig wie ich das lösen kann vielleicht habt ihr da einen tipp ich habe was wie kriege ich eine Konzentrationsphase vor dem Spiel hin wenn ich vor dem Spiel noch die Mannschaftsaufstellung mache und hier das mache und da das mache ich merke einfach dass ich ein bisschen überfordert bin als Mannschaftsführer aktuell noch gerade selber dann zu spielen und ich weiß nicht soll ich vielleicht erst mal die Zeit einfach eine Minute laufen lassen und gar nicht ziehen aber dann denkt der Gegner auch was ist mit dem los also wenn ihr da Anregung habt wäre toll wenn ihr es mal in Kommentare schreibt wie ich sozusagen so eine Konzentrationsphase dort einbauen kann ohne dass ich jetzt sozusagen meine Aufgaben als Mannschaftsführer vernachlässige aber ich was ist jetzt hier der beste Zug der Läufer ist angegriffen der Bauer ist angegriffen der beste Zug hier das hat mir Matthias hinterher gesagt ist da mit C1 deckt den Bauern deckt den Läufer aber aber jetzt mal ganz ehrlich ich bin hier irgendwie durch den Wind bin unkonzentriert werd hier noch von Matthias mit dem Englund Gambit getriezt ich hatte jetzt die Schnauze voll ich habe gesagt schlag doch den Bauern ich habe doch so einen Bauern mehr schlag ihn doch ich will jetzt meine Figuren entwickeln ich mache die Ruchade wenn du dann Bauern wegnehmen willst mir egal schwarz nimmt den hier aber ich ziehe einfach weg und der Plan ist jetzt einfach Läufer raus Ruchade machen und denn wenn hier ein Bauer weg ist bedeutet das ja auch dass ich selber offene Linien habe für die Türme mir ist das viel lieber dass ich hier keinen Bauern habe also wenn man freiwillig eine Figur von sich schlagen könnte würde ich oft hier den B-Bauern wegschlagen nur damit mein Turm Wirkung hat und Matthias war die ganze Partie voll auf Angriff und das hat er hier fortgesetzt und hat hier die lange Ruchade gemacht damit hat er seinen Turm gleich auf der offene Linie und immer wenn man Turm mit der Ruchade auf die offene Linie bringen kann der sollte man das immer bevorzugen oder zumindest durchdenken ob das nicht gut ist also schwarz macht weiter Druck aber jetzt ich habe den Bauern zurückgegeben jetzt bin ich plötzlich dran denn auf die Dame kann ich natürlich jetzt Tempi gewinnen das ist der Nachteil wenn man die Dame so früh rausspielt natürlich die Dame ist kräftig und kann Fallen aufstellen und Drohungen aufstellen aber ich kann jetzt eben auch Drohungen aufstellen und von mir ein Tempi das ich auf die Dame gewinnen Dame ist angegriffen Dame muss weg traut sie sich hier den zu schlagen vielleicht wenn die Dame hier schlägt dann wollte ich den Läufer rausspielen dann wird es schon langsam eng wird vielleicht die Dame gefangen und vor allen denn hätte ich noch eine Figur im Spiel und deswegen hat Matthias hier den Bauern nicht genommen aber jetzt kriegt er das nächste Tempo Dame muss wieder weg und meine Dame kommt rüber wieder eine Drohung ich drohe den Bauern zu gewinnen und da war ich jetzt zufrieden das war mir jetzt völlig egal dass ich jetzt den Bauern wieder zurück gegeben habe wenn ich jetzt noch Läufer raus und Ruchhade spiele also Läufer raus kurze Ruchhade dann gewinne ich das da war ich mir sicher also das nimmt mir keiner mehr habe ich gedacht mit der offenen Linie mit den entwickelt ich habe jetzt habe ich Entwicklungsvorsprung und Matthias lockt das erstmal Läufer raus jetzt noch die Ruchhade und alles ist gut und jetzt kommt Läufer B4 und das fesselt mir jetzt den Springer und jetzt kann ich keine Ruchhade machen weil ich sonst den Springer verlier da habe ich mich geärgert habe ich gesagt ah Mist ein Zug fehlt ein Tempo fehlt und alles wäre gut das lustige ist hier tauchen jetzt Motive auf die ich später gesehen habe ich habe sie hier aber noch nicht gesehen und das lustige ist man kann hier tatsächlich einfach Ruchhade machen und das habe ich nicht so bedacht weil ich dachte jetzt schlägt er doch den Springer und gewinnt eine Figur das Problem ist bloß jetzt hat schwarz verloren und dieses Motiv habe ich gesehen aber erst später gesehen warum ihr seid dran weiß am zug gewinnt macht ruhig pause wenn ihr ein bisschen braucht müsst ihr in die Stellung reingucken es ist ein ziemlich typisches Motiv es ist ein ziemlich typisches Matt Motiv Schach der König muss auf die offene Linie Turmopfer die Dame schlägt rein und jetzt ist dieser Bauer gefesselt durch den Läufer und schwarz geht matt also ich hätte tatsächlich die Rohane machen können hätte ich weiter rechnen müssen ich bin hier auf einen anderen Zug gekommen und der ist laut Computer nicht so gut ich fand ihn mutig und ich fand ihn ganz clever ein Vereinskollege hat hier geschrieben Boncloud hat er geschrieben und zwar habe ich hier König E2 gespielt und die Idee war dass ich den Turm entwickeln kann zur Not vielleicht den König auch auch dann manuell sozusagen die Rochade machen und vor allen Dingen dass ich hier den Springer in den Angriff bringen kann das war mein Trick natürlich der König steht hier gefährlich da droht immer mal so ein Springer zu kommen aber aktuell ist hier keine Fesselung also aktuell ist mein König sicher ich muss vorsichtig sein ich habe viele Figuren um den König rum das ist schon ein bisschen riskant gewesen aber ich fand ihn zu cool der Computer sagt Raphael du bist nicht so cool denn wenn Schwarz einfach tauscht das hatte ich auch berechnet dann hätte ich nicht mit dem Springer zurückgeschlagen sondern ich hätte vielleicht nochmal hier erstmal die Dame angegriffen und dann geschlagen und der Computer sagt das ist eher vorteilhaft für Schwarz das ist aber ziemlich kompliziert auch schwer zu verstehen wenn euch das interessiert unten in der Videobeschreibung ist immer der Link zu der Studie die ich zeige und dann könnt ihr mal selber ein paar Varianten ausprobieren es ist ganz witzig der Springer kann hier hin ziehen und Schwarz kann den nicht schlagen weil der Läufer denn hier Doppelangriff hat das heißt Schwarz kann diesen wichtigen Läufer wegtauschen und Schwarz hat ziemlich schnell die Figuren im Zentrum und mein König steht ja noch hier und deswegen sagt der Computer das ist hier irgendwie so vielleicht minus 0,3 für 5 oder irgendwie so hat habe ich nicht so gesehen hat Matthias auch nicht so gesehen Matthias wollte Drogen aufstellen und deswegen ist er mit dem Läufer nach G4 gegangen damit fesselt er jetzt wieder meinen Springer und nimmt mir Kontrolle über dieses wichtige Feld aber jetzt komme ich mit meinem Zug Springer C4 und ich greife jetzt sowohl den Läufer zweimal an das heißt ich könnte hier zwei Figuren für einen Turm gewinnen und die Dame ist angegriffen und deshalb bleibt die Dame beim Läufer aber jetzt ist der Läufer in der Pedruille ich hatte hier damit gerechnet dass Matthias zurückzieht und hier hatte ich jetzt gerechnet Turm dazwischen Dame muss weg Springer schlägt und jetzt hätte ich den Turm geopfert und die Idee ist dass ich zwar jetzt die Qualität weniger habe aber ich werde hier definitiv noch irgendwelche Bauern gewinnen und der König steht schlecht und meine Figuren kommen hier alle in den Angriff damit hatte ich gerechnet das wäre auch die beste Fortsetzung noch für Schwarz stattdessen hat Schwarz hier weiter auf Angriff gesetzt und den Läufer geopfert und hier habe ich jetzt überlegt soll ich schlagen aber wenn ich schlage dann kommt plötzlich der Springer hier rein und alles ist in alle Richtung irgendwie gefesselt dann habe ich überlegt naja gut ich kann ja auch mit dem Turm schlagen und wenn er zurückschlägt habe ich ja zwei Leichtfiguren für einen Turm ist ja auch gut und ich habe noch ein bisschen länger überlegt und habe tatsächlich hier den besten Zug gefunden ihr könnt ja auch mal überlegen ob ihr den besten Zug in der Stellung findet es ist ein Verteidigungszug eigentlich eher der Zug der hier am stärksten ist macht Pause schaut einfach mal ein bisschen in die Stellung man sieht nicht in der ersten Sekunde den besten Zug man muss reinschauen man sieht dann eben erstmal Züge wie Bauer schlägt Turm schlägt und dann muss man eben weiter schauen und dann kommt man auch auf andere Züge überlegt die und merkt oh die sind ja noch besser und der Zug der hier stark ist ist Läufer F5 Schach er muss schlagen sonst verliert er den Läufer aber jetzt kommt die Dame auch mit Schach und jetzt ist der Springer nicht mehr gefesselt wir können also jetzt den Läufer mit dem Bauern schlagen und haben genug Kontrolle über dieses Feld und jetzt habe ich sauber eine Figur gewonnen also das war super gelaufen bisschen ängstlich wackelig und konzentriert in der Öffnung aber die richtigen Ideen gehabt die richtigen Ideen in der Öffnung gehabt auf Aktivität gesetzt den Bauern zurückgegeben und plötzlich war sozusagen nur noch ich hier im Angriff Schwarz entwickelt hat aktuell eine Figur weniger aber der spielt noch nicht mit und der König steht im Zentrum und ich habe eine Figur mehr ich versuche weiter Figuren zu tauschen und vor allen Dingen versuche ich diesen blöden Springer weg zu kriegen weil der Springer droht natürlich immer irgendwie hier rein und deswegen muss dieser Springer jetzt weg Schwarz geht zurück und wenn ich jetzt schlage und die Dame kommt hier rein dann kann die Dame eventuell hier unten rein und so ich habe ja noch eine Figur und die hat noch nichts getan und die letzte Figur bringe ich jetzt auch noch ins Spiel ich habe also eine Figur mehr und der tut gerade nichts also eigentlich habe ich jetzt sogar zwei Figuren gerade mehr die aktiv sind Dame wird angegriffen ich schwarz deckt den und jetzt wollte ich nicht meinen spring läufer hergeben das heißt vor allen Dingen wenn ich den läufer hergebe muss ich mit Bauern schlagen dann ist mein König wieder offener also bin ich zurück mit dem läufer und schwarz macht das gut schwarz spielt auf angriff er muss was tun er hat eine Figur weniger und ich habe mir gesagt ich muss hier noch mehr Material vom Brett nehmen und habe deshalb die Gabel gespielt schwarz muss also schlagen und jetzt habe ich noch mehr Material vom Brett und wenn ich das noch schaffe die Dame weg zu tauschen dann habe ich eine Figur mehr und er kann meinen König auch nicht gefährden im Zentrum schwarz geht weiter vor und warum kann ich den jetzt nicht einfach wegnehmen und da sieht man eben es ist immer gefährlich man muss immer aufpassen man kann sich keine Konzentrationslücke erlauben denn hier wäre jetzt plötzlich schwarz wieder am Drücker er könnte ihn nämlich einfach schlagen der Bauer ist ja gefesselt und das kann sogar noch schlimmer werden wenn ich jetzt sage okay der ist ja auch angegriffen gehe ich doch mal zurück mit dem König denn gäbe es hier eine schöne Taktik eine Taktik die die Dame gewinnt und die Taktik ist Turm D1 Ablenkung der Verteidiger der Dame wird abgelenkt schwarz gewinnt die Dame verliert aber noch den Springer aber trotzdem hier mit den offenen Linien und Turm und Dame sind hier für schwarz schon stärker als jetzt Turm und Springer von weiß also ihr seht es kann immer noch was passieren kann immer noch gefährlich sein und ich habe mich hier schon entschieden dass ich gesagt habe ich gebe eine Figur wieder zurück das habe ich hier schon entschieden und habe deshalb hier gesagt okay ich nehme die Dame jetzt vom Brett und da war mir bewusst dass ich jetzt meinen Läufer nicht mehr retten können das war mir klar aber mir war es wichtiger dass die Dame vom Brett ist und meine Idee ist dass ich für die Figur dann noch zwei Bauern bekomme ich habe jetzt hier mal angegriffen er geht weg und ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Zeit investiert und habe überlegt ich möchte man die Figur gibt man ja ungern wieder weg also man könnte ja zurück gehen aber dann verliere ich hier eben auch einen Bauern plötzlich ist der Springer da drin und plötzlich ist mein König irgendwie ein bisschen offen das habe ich doch eigentlich gar nicht nötig habe ich mir gedacht und deshalb habe ich gesagt okay ich gebe die Figur und werde selber aktiv ich bin auf den Springer und auf den Turm los schwarz bereitet den Figurenfang vor weil Läufer hat hier keinen Weg wie er raus kommt aber ich gehe jetzt auf den Springer los und hier hatte ich damit gerechnet dass schwarz den deckt aber dann hätte ich den einfach angegriffen und wenn er mir jetzt die Figur fängt dann schlage ich den und er verliert selber eine Figur wieder also er schlägt hier ich schlag hier er nimmt den und ich hätte immer noch eine Figur mehr und das wird das was ich erwartet habe Matthias hat aber stattdessen den Bauern genommen ich nehme den Turm er schlägt zurück und jetzt habe ich nicht direkt zurück geschlagen auch wenn das ein offensichtlicher Zug ist und habe gesagt okay komm ich schaue erstmal wo geht denn der Springer hin und wenn der Springer hier hingeht dann könnte ich ja hier schlagen habe ein Tempo auf den Springer und rette eventuell sogar meinen Läufer und deshalb ist der Springer hier nach A6 gegangen jetzt habe ich mir den geholt und jetzt ist der Läufer gefangen und wie schlägt man jetzt Frage an euch orange oder blau wie schlagt ihr habt ihr es habt ihr eine Idee wie was ist der Grund der Grund ist dass man sich überlegen muss was für ein Endspiel entsteht und welche Figur brauche ich in dem Endspiel es wenn ein wenn ich ein Endspiel habe mit Bauern die über das ganze Brett verteilt sind und ich habe einen Springer der Springer ist ja bloß Sonarkämpfer der braucht ewig von einer Seite zu anderen der Läufer kommt sofort von einer Seite auf die anderen und ist super darin Bauern aufzuhalten also was behalten wir wir behalten den Läufer schwarz schlägt hier weiter die nächste Frage wie schlägt man zurück mit dem Bauer oder oder dem Läufer na gut also Läufer F4 und so Drohung auf der Diagonalen wären wahrscheinlich auch gut man muss gar nicht zurückschlagen aber wir schlagen zurück wir nehmen den Bauern wie schlagen wir zurück mit dem Bauern oder dem Läufer ich habe mit dem Bauern geschlagen denn jetzt habe ich hier ein Schutzschild für meinen König und der Läufer ist beweglich wenn ich mit dem Läufer geschlagen hätte wäre der Läufer ja erst mal gefesselt und so sind meine Figuren aktiver der König ist geschützt und der Läufer ist aktiv und ich habe hier einen befestigten Vorposten für meinen Läufer Schwarz fesselt den Läufer und hier hatte ich überlegt ob ich jetzt hier hingehe und diesen Abzug drohe und wenn Schwarz Schach gibt dann greife ich den Turm an und drohe alles mögliche Unheil mit dem Abzug Schach hier also der Turm könnte irgendwo den anderen Turm gewinnen wie auch immer das Problem das ich gesehen habe ist dass Schwarz hier nicht unbedingt schlagen muss und deshalb habe ich hier einen anderen Zug gespielt und die Idee ist einfach ich gehe in ein Endspiel in dem ich weiß dass es gewonnen ist und ich nehme dem den Turm weggetauscht habe den Turmtausch erzwungen und jetzt haben wir genau das Endspiel von dem ich geredet habe ich habe zwei Bauern mehr das sind auch verbundene Bauern die Bauern sind verteilt über das ganze Brett das heißt sein Springer wird eine Höhen Aufgabe haben alle Bauern aufzuhalten das kann er gar nicht aber mein Läufer kann in einem Zug überall hinkommen Läufer angegriffen Läufer geht weg und ich möchte jetzt hier auf der Diagonalen bleiben damit er sich hier nicht irgendwie einen Freibauern verschaffen kann ich bleibe auf der Diagonalen wenn irgendwann der Springer mal vor meinem Visier auftaucht tausche ich sofort weg weil der König alleine kann die Bauern nicht aufhalten mein König und der Bauer können die zwei aber locker aufhalten Springer kommt rüber der Zug soll erstmal den Bauern nach vorne bringen näher an die Umwandlung aber gleichzeitig ein Feld weg nehmen für den Springer das heißt ich spiele jetzt hier gegen den Springer ihr seht der Springer hat gar nicht wirklich Felder Läufer geht zurück aktiviert den König König nach vorne immer ein bisschen gucken aber da gibt es keine Gabel der Läufer wird vertrieben Läufer geht nach vorne es gibt keinen Durchbruch also mal selber meine Bauern nach vorne bringen König weiter aktiv ins Spiel bringen den Springer schlechter machen der Springer greift den Läufer an und Endspiele sind brutal Endspiele sind Einzug in der Öffnung Ihr spielt einen schlechten Zug habt trotzdem nicht die Partie verloren dann steht er eben 0,7 statt 0,2 oder 0,0 Auch im Mittelspiel gibt es ganz viele gute Züge im Endspiel gibt es manchmal nur einen Zug und wenn man den Einzug nicht trifft der gewinnt hat man plötzlich nur noch eine Remis und wenn man danach nicht den einzigen Zug trifft steht man plötzlich auf Verlust Endspiele sind ganz brutal deswegen mögen viele Endspiele nicht aber das macht auch gerade die Faszination aus und Endspiele sind eben so wichtig um besser zu werden um sich zu steigern zum Beispiel wenn man DWZ gewinnen will geht das am besten indem man sich mit Endspielen beschäftigt denn im Endspiel kann man so viele Punkte noch retten oder Punkte gewinnen was meine ich sagen wir mal wir greifen den Springer an um den letzte Figur abzutauschen er schlägt hier wir schlagen zurück Stellung ist verloren warum schwarz bricht durch wir kriegen den nicht mehr aufgehalten so fies sind Endspiele deswegen muss man da immer konzentriert bleiben bis bis ans Ende der Partie und kein Blödsinn machen ich dominiere den Springer der Springer hat jetzt keine Felder mehr weiß hat nur noch die Bauern um was zu tun der König kann auch nicht weg weil ich habe ja hier frei Bauern schwarz versucht also jetzt die letzte Chance den Bauern durchbruch aber ich greife einfach den Springer an und den Bauern schwarz geht vor aber jetzt hatte ich das auch bis zum Ende schon natürlich durchgerechnet den kann ich einfach schlagen und mein Läufer hält die Bauern auf schwarz versucht noch mir den Weg abzuschneiden aber ich habe noch einen genommen und ich habe noch einen anderen Weg und hier hat jetzt Matthias aufgegeben warum wenn er versucht umzuwandeln hält mein Läufer den einfach auf der Läufer ist gedeckt durch den Bauern und die anderen Bauern da kann ich Fazit einen Satz geklaut von meiner Webseite ich habe auf meiner Webseite auch einen Bereich fortgeschritten da erkläre ich zum Beispiel was die Natur eines Gambits ausmacht und da habe ich ein Fazit gezogen das kann ich mal vorlesen ein Gambit abzulehnen heißt nicht dass man ein Angsthase ist oder nur defensiv spielt ganz im Gegenteil ein Gambit abzulehnen bedeutet dass man selber seine Figuren rasch entwickeln und angreifen will ein Gambit anzunehmen heißt aber hingegen immer dass man erst einmal in die Defensive gedrängt wird und dann lieber einen Bauern zurückgeben und selber aktiv werden und das habe ich hier in der hier stand Markus neben mir und Markus war ziemlich erleichtert denn damit hatten wir natürlich gewonnen wir hatten jetzt vier Punkte und 4 zu 1 stand und Markus stand eigentlich die ganze Zeit immer gut er stand immer drückend er stand eigentlich immer positionell besser als sein Gegner auch wenn er jetzt kein Material mehr hatte aber sein Gegner stand immer in der Defensive dann kamen die beiden in so Art Schwerfiguren Endspiel und plötzlich war der König von Markus irgendwie unsicherer und da stand plötzlich sein Gegner sehr gut Markus hat deswegen war Markus auch froh dass es jetzt entschieden war Markus hat sich dann aber wieder zurück in eine Remis Stellung gekämpft und dann hat er Remis gemacht und wir hatten 4,5 zu 1,5 gewonnen ein Kampf los dann ich an 2 Gerd an 3 Lucia an 6 gewonnen Difu verloren und Markus unentschieden und damit sind wir in der ersten Tabelle der Saison nach dem ersten Spieltag tatsächlich Tabellenführer zusammen mit Schöneich und das nächste Spiel ist tatsächlich in Schöneich das heißt da werden wir schon sehen wohin es geht also wir haben eine Übergang Saison wir müssen jetzt unsere Spieler entwickeln unsere Jugendspieler entwickeln wir sind hinten nicht so stark aufgestellt dass wir wirklich ernsthaft in die Bezirksliga hoch gehen könnten wenn plötzlich an den Hinterbretter 1700er oder 1800er spielen das heißt wir müssen jetzt erstmal sozusagen die Leute entwickeln wir haben eher so eine Übergang Saison das ist eben dem geschuldet dass der Jan Philipp uns verlassen hat unser Top Jugendspieler sind wir jetzt eben nicht so breit besetzt und müssen erst neue Jugendspieler wieder ran führen da sind wir dabei zum Beispiel mit Lucia und Tifu und deshalb müssen wir jetzt nicht unbedingt gewinnen aber es wäre natürlich toll wenn wir in Schönerich was mitnehmen könnten die sind vorne sehr stark besetzt das wird schwer werden aber wenn wir da tatsächlich was mitnehmen könnten dann wäre das natürlich ein tolles Zeichen dass wir diese Saison uns überhaupt keinen Gedanken machen müssen irgendwie um Abstieg oder sonst was sondern dass wir ganz normal und ganz locker flockig durch die Saison cruisen können wenn wir verlieren kann es natürlich ein bisschen hakeliger werden also es wäre schon schön wenn wir da was mitnehmen könnten ich werde wieder davon berichten und ihr seid auch hoffentlich wieder dabei würde ich mich sehr drüber freuen dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss